Vorsicht, François, diese Linse ist klar und kratzerlos und so soll es auch bleiben. Aber natürlich, diese neue Glaslinse wird deine Leuchtturmlampe noch viel älter machen. Und außerdem macht sie lustige Fratzen, wenn man hindurch schaut. Sieh dir das an, Cousin? Dann laden wir die Linse mal hier auf. Und jetzt bringen wir sie auf die Insel. Witt, witt, schnell! Nein, lieber nicht. Ich muss schön leicht und langsam fahren, damit meine Linse auch heil bleibt. Herrje, die Baumstämme haben Feuer gefangen. Ich muss sofort anhalten. Ah, der Bremshebel klemmt. Ich kann nicht mehr anhalten. Ich brauch Hilfe. Na gut, dann löschen wir mal diese qualmenden Baumstämme. Aber zuerst müssen wir den Zug anhalten. Guter Plan, Marshal. Rubble, schnapp dir den Zug mit dem Seitengreifer. Dann stoppen wir ihn, indem wir abbremsen. Ich hab noch niemals einen Zug gefangen. Cool! Okay, bremsen! Und jetzt Wassermarsch! Wasserdüsenauto! Das war klasse, Paw Patrol! Kein Problem! Gern geschehen! Seht euch die ganzen Folgen von Paw Patrol auf Nickelodeon an! Und jetzt, was ich mit dem, 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 was ich mit